Ja, schön von hinten, ganz klasse. Ja, schön von hinten. Ja, schön von hinten, ganz klasse. Ja, schön von hinten, ganz klasse. Ja, ich höre dich. Was denn? Ja, ich habe hier die, ich habe, ja, das lieb von dir. Dankeschön. Ja, ich hatte ja schon meinen Mund, ist ja gut. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Feinde, Feinde, unter Deckung! Feindliche Drohne. Ja. Ja. Verbindete Drohnenunterstützung aktiv. Alles leer, laden ab. Verbindete Konterdrohne online. Ja, richtig. Ja, ganz genau. Ihre Taktik ist für einen Erfolg unzureichend. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Okay. Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ist so laut hier. Du kannst mir gerne eine Anfrage schicken, wenn du möchtest, denn Christo die bestätigt natürlich. Ja, ist ganz lieb von dir. Dankeschön. Ja. 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 Jawoll. Ja. Ja. So. Aufrüstung wählen. Das nennen wir Rüstung. Wir starten in 10. Hi. Ja, die haben mich eben rausgeschmissen da aus der... Wahrscheinlich, weil die Runde zu Ende war. Nähen uns Landezone. SDF-Feinde bestätigt. Ja, Dankeschön, das Rolllein zu hören. Danke, danke. Ich habe jetzt Wochenende das erste Mal die VR ausprobiert, also das ist schon der Wahnsinn. Na? So, los geht's! Skars trainieren für den Krieg und kämpfen um den Sieg. Wir legen in Führung! Uah! Wir haben die Führung verloren! Wir haben die Führung verloren! Ja? Ja? Wir sind bei der Passagierbrücke! Wir haben die Führung verloren! Ziel ausgeteilt! Was sagst du? Rass! Verbündete Drohnenunterstützung aktiv! Verlust! Verlust! Oh! 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 Verlust! Feindliche Drohnen! Feuer frei! Verlust! Soldat erledigt! Feind erledigt! Feuer frei! Werfer Granate! Verbündete Drohnenunterstützung aktiv! Feind erledigt! Feind erledigt! Feuer frei! Soldat erledigt! Bin in Bewegung! Verbündete Drohnenunterstützung aktiv! Verbündete Drohnenunterstützung aktiv! Ah! Der hat mich doch noch gekriegt! Ja! Feindliche Drohne! Der Feind hat eine Kontrolldrohne gestartet! Eddie! Abflug! Und dann steck' zu Hause! Und dann steck' zu! Aufschluss! Einen Preis! Tja! Englisch! Aber im Bewegung! Entschluss! Oh, das gibt es ja gar nicht. Ja? Was denn? Was sagst du? Verbündete Konterdrohne online. Das müssen jetzt so 2400 etwa sein. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Boah, der war durchsichtig, der ist ja heftig. Ja, gerne. Was denn? Äh, nee. Ich mach das nur Hobby-mäßig. Nee, dafür bin ich zu klein. Nee, also, äh, Money verdienst du erst, ach. Ja, das, das kann sein, also, Money, das, da, sagen wir mal so, ab 100.000 oder 200.000 Abonnenten, da verdienst du langsam ein bisschen Money, ne? Aber, davor, da kannst du, da ist nix. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ich, äh, ich, äh, ich promote da in erster Linie meine Musik mit, weil ich ja Musik, äh, auch mach, ne? Ja, dankeschön. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Verbündete Bombardement kommt. Ja, das ist schon richtig. Das stimmt. Nee, ich mach das eigentlich nur Hobby-mäßig. Aber in meinen Abonnenten möchte jeder gerne viele haben, ne? Also, das ist ja schon... Je mehr Zuschauer du hast, desto besser ist es natürlich, ne? Das ist klar. Man macht seine Videos ja auch, die viele Arbeit machen, gerne, ne? Gut gemacht. Ja, sauber. Diese Runde haben wir mal gewonnen. Sehr schön. War sicherlich nicht mein Verdienst. Beförderung, wow.